hallo und herzlich willkommen ich bin auf die jahr nach dem ticket und heute ist wieder spiel von gestern da left to survive ja ich habe gerade aufgestanden so laden 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 ja mein helikopter war ja leider kaputt okay hmmm Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist zu schwer mit dem Handy, mit dem Computer. Warte mal, ich schaue mal, ob ich hier Makro machen kann. Makro, Makro, Makro. Okay. 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 Okay, ich muss drücken. Das und das. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt habe ich gerade auch so sehen, mir ein Video angeschaut. Hmm, Kiste. Oh, da. Da muss ich Gold bezahlen? Nein, nein. Nein. Okay. 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 Ja, na gut. Was war es denn für heute? Ich habe mir jetzt so viele Videos angeschaut. Ähm, ja. Ich würde gerne noch wissen, wie ich so ein Makro mal mache. Mit dem Linksklick, das klappt ja irgendwie nicht. Na, ärgerlich. Na gut, egal. Einmal beenden. Ich füge mir jetzt mein Ticket ab. Und da würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.